Eine 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. Die Immobilie wurde 1903 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 101 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1480 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.